Nenn mich Holmes. Okay, Mr. Holmes. Dann lass uns Mr. Hoffmann mal anrufen. Wir sind hier beim Taxi-Unternehmen Hoffmann, der 3. Oktober 2009. Wir haben uns einige Male gemeldet, nie eine Reaktion bekommen. Und ja, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss man... Ah ja, los, wir fragen mal ganz dreist nach. Doch, die Mähe kam hier schon an. Aber der Schöpf hat es doch für einen Witz gehalten. Können wir Ihnen vielleicht ganz kurz mal sprechen? Ach, das ist jetzt ganz ungünstig. Ah, sind das die beiden Komiker mit ihrer Geistergeschichte? Journalisten. Wir sind Journalisten. Hier, ich muss Ihnen eigentlich dankbar sein. Ich meine, ich überprüfe nicht jedes Mal die Kilometerangaben der Fahrer. Aber hier, fast jeder Fahrer hat zu viele Kilometer angegeben. Die ganze Truppe, fast jeder Fahrer. Und wissen Sie, wie ich das nenne? Das ist Betrug. Betrug ist das. Und es gibt ein arbeitsrechtliches Verfahren. Aber hallo. Der Alte ist aus dem Haus und mit dem Jungen kann man es machen. So denken die sich das. Aber nicht mit mir. Mit mir nicht. Kaffee. Sagen Sie mal, der Alte ist weg? Ja, der Alte ist der Gründer, der Karl Hoffmann. Aber der ist seit Sommer in Ruhestand. Und das ist der Junge. Ist der immer so? Okay. Ja, recht herzlichen Dank für Ihre Zeit. Haben keine weiteren Fragen. Nicht für Unmut. Schönen Tag wünschen wir noch. So, wir haben den 6.10.09. Wir haben einen unerwarteten Gast, den Herrn Podorowski. Herr Podorowski, erzählen Sie nochmal, warum Sie hier sind. Wegen der Karte. Nein, Ihre Geschichte. Rosi sagte, Sie können mir helfen. Ja, wir können Ihnen nicht helfen, wenn wir nicht wissen, worum es geht. Also wir brauchen Fakten. Wie ist es? Muss das sein? Das ist nur intern. Vor zwei Wochen. Okay. Bin ich nach Hoppegarten rausgefahren. Der Fahrgast steigt aus. Ich drehe um, ich will wieder in die Stadt rein. Da winkt einer. So ganz komisch. Ich dachte, der ist abgefüllt. Den nimmst du noch mit. Es steigt ein. Wie sah der aus? Mega. 1,80. Ein Schwarzafrikaner? Ja. Nach Schmückwitz. Ich hatte kein Problem. Ich fahre nach Schmückwitz runter. Nach 10 Minuten frage ich, hey Meister, wohin ganz genau? Ich drehe mich um, weg war er. Er war nicht mehr da. Er hat da irgendwo zwischendurch aussteigt. Nein, nein, nein. Hat er irgendwas hinterlassen? Nein, hat auch nicht bezahlt. Okay, Herr Podorowski, wir haben einfach keine Beweise. Nichts hinterlassen, nichts da. Wir haben nur Ihre Geschichte. Wir können nichts machen. Wie nichts machen? Rosi sagte, Sie können mir helfen. Wir haben nichts in der Hand. Wie nicht in der Hand? Leute, ich brauche euch. Es geht nicht. Der Hoffmann will mich entlassen. Ich habe zwei Kinder auf der Uni. Ich verliere meinen Job. Ich habe gesessen. Ich brauche eure Hilfe, bitte. Okay, Herr Podorowski, setzen Sie mal hin. Ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, haben Sie beschissen? Nein. Sie können sagen, es ist... Ich höre auf meine Kinder, ich habe nicht beschissen. Das hat wirklich wahrgefunden, stattgefunden. Scheiße. Okay, ganz locker. Also, wir machen jetzt folgendes. Sie zeigen uns einfach nochmal ganz genau den Ort, wo der eingestiegen ist. Dann war sofort los. Die Taxa steht vor der Türe. Jetzt. Dann machen wir das. Kommen Sie, bitte. Glaubst du den? Ja. Jetzt lässt die Kamera noch reinpacken. Ich bin doch eine harte Nuss, ich bin doch kein Waschlappen. Ja. Aber das hat mich umgehauen. Ich bin sogar zu Priester gegangen. Was? Ich habe mich segnen lassen. Ja. Ja, sowas haut dann den stärksten Knacki um. Ach, das war ein Fehler, das hätte ich euch nicht sagen sollen. Ach, ich sage Ihnen mal was. Ich war aber beim Psychiater. Meine Geschichte. Habe ich auch keinem erzählt. Sowas erzählt man nicht. Es ist wie eine Flucht. Einmal ein Knacki, immer ein Knacki. Der alte Hoffmann, der hat an mich geglaubt. Der hat mir einen Job gegeben. Der Junge, der will mich fertig machen. Ist richtig ein Arschloch. Ja, das haben wir euch schon festgestellt. Ja, ja, das können Sie lau sagen. Hier war das, ganz genau hier. Hier stand er. Hat mich nicht mal angesehen. Aha. Und dann ist ja das Spitzende. Ah, okay. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, hat nicht weh gebracht. Und? Könnt ihr mir helfen? Na, wir machen mal Folgendes. Also, ihr Job ist es, nochmal die ganzen Taxifahrer zu fragen. Und diese Dekretärin, wie ist die? Rosi. Rosi, genau. Ob die irgendwas über den Taximann wissen. Und wir schauen uns einfach nochmal um hier. Okay, Leute. Ja? Gut. Also, wir können doch schon los. Wir gucken einfach mal hier. Das ist nicht viel, ne? Ne, das ist nicht viel. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts.